Aber ich glaube, wir sind noch... Kamera läuft? Aske! Radio aus, wie geht das? Okay, okay. Okay, okay. Ey, boah! Das ist mein Auto! Ey, dann können wir die BMW-Zeitung noch nicht fahren. Wir sind hier in der Wartel. Wir sind wikinger-achtig. Michael, ich bin Armin, bitte kommen. Was ist denn? Michael, ich habe gehört. Michael, ich bin Armin, bitte kommen. Das ist echt gut. Armin, wir kommen gleich zum nächsten Auto, unterhalb Runde. Ich habe Angst. Ich weiß ja nicht, ob da eine Mauer drin ist oder ob da eine Schnee ist. Wir werden ziehen. Unser letztes Auto steht jetzt am Start. Die Sabine ist mit dem vorletzten noch unterwegs. Gleich fährt das letzte Auto unserer Gruppe. Dann sind wir durch. Warum haben sie nicht schlecht? Nur sein Ansprechverhalten von Gas ist eine Schnecke. Das ist ein Drive-by-Wire. Das ist früher mit dem Seil zurück. Das ist gut. Ja. Oder ich habe hier einen falschen Knopf gedrückt müssen. Theoretisch nochmal so richtig. Boah. Jetzt kommt schon. Das ist ein Ansprechverhalten. Das ist ein Ansprechverhalten. Das ist also nett. Das gibt es mit Boten. Boah. Schneller als der BMW. Ja, wo sie kommt. Boah. Der ging aber auch ganz gut ab hier der Hobel. Da haben wir halt irgendwie ein Feeling unsportlich. Dadurch hat das Ansprechverhalten vom Gas nicht so. Wenn es uns gewicht ist, kommt einem auch irgendwas. Subjektiv. Kommt einem langsam vor. Ja. Mit zwei Sekunden Verzögerung. Gas. Aber trotzdem Wahnsinn, ne? Ja. Das ist eine frühe Freudeboff. Ja. 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 Hallo. Hallo. Tschüss. Hier Basisstation. Schlimmer. Auf jeden Fall wird der Schneekrisel immer höher. Ja. Ja. Da sind ja die Spur der wife. Ja. Die Schifahrer fahren hier und die Tasche sind zu euch. Und wenn sie an der Schlitzkroße kommen, dann kommen wir aus. Und dann kommen wir aus. Ich melde mich, wenn die Schifahrer hier unten angekommen sind. So machen wir den Stuhl. Basisstation für Klierer. Hier Basisstation. Bei mir ist auch ein Schieffahrer, der ist auch auf der Passstraße abwärts unterwegs. Basisstation verstanden, ein Schieffahrer. Dankeschön! Ja, ich danke! Ach, da war ja noch einer! Ich hab mich ja ja nicht gesehen. Deswegen war das Auto so langsam wegen dem Gewicht.